Es ist nicht eins, eins. Kendra, Clarissa Brinkop, Jana Vargas und dann Mario Steebens. Die nächste aus dem Perspektiv, Gerda. Und alleine da dürfen wir den Funktionären Kompliment ausmachen. Also einer liegt schon auf Platz 2 hier im Endklassement. Und der nächste ist im Stechen mit dabei. Ihr habt die Richtigen ausgewählt. So, wird vom Publikum angefeuert und gespornt. Und 35.00. Hammerhart Kendra, Clarissa Brinkop. Und gerade diese Wendung hin zu diesem Steilsprung hin. Da versuchte sie alles nach vorne zu legen. Und dieser Hengst macht mit. Und zwei Kämpfer haben sich gefunden. Großartigstem das Ergebnis. Und wundervoller Sport. Und jetzt hat sie jetzt zu sein. Und Unterstützung für La Nost und Jana Vargas Deutschland.